Das war schon eine sehr spezielle Quizfrage heute. Ich habe noch eine Frage an Sie. Sie können ja mitraten, wenn Sie mögen. Was haben Heino Ferch, Mariella Ahrens und Anushka Renzi gemeinsam? Na, ja, Sie sind Schauspieler und Sie sind natürlich prominent. Und Sie haben noch was, nämlich alle haben wunderschöne Töchter. Und die laufen heute, und zwar auf dem Laufsteg von der Berliner wunderbaren Designerin Nana Kuckuck. Und am Laufsteg steht unsere Patricia Pantl. Wie stellen sich denn die Töchter so an? Absolut gut. Also es ist zumindest noch keine vom Laufsteg runtergefallen. Und Sie laufen ja schon seit etwa 10 Minuten. Kurz nach 7 ging es hier los mit der Modenschau von Nana Kuckuck. Übrigens auch gleichzeitig die Einweihung einer neuen Event-Location hier im Hotel Steigenberger am Kanzleramt. Und es sieht sehr, sehr professionell aus. Es gab halt nachmittags schon ein kleines Training, da noch ohne Kostüm und ohne Hackenschuhe. Denn zumindest die sechs berühmten Töchter von Promis, die machen das mit dem Modeln hier mehr oder weniger alle zum ersten Mal. Das heißt, die waren schon alle ziemlich aufgeregt. Ich habe sie von meinem Schminken mal dazu befragt. So etwas habe ich noch nie gemacht. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so aufgeregt, aber ich glaube, das kommt noch. Ich finde es eine tolle Idee und ja, ich habe aber auch ein bisschen Angst davor, sage ich ehrlich, also zu laufen. Ich bin auch generell nicht das typische Model. Ich bin ja auch 1,65 nur und jetzt auch kein Strich. Aber ich finde es cool, ja, ich freue mich voll auf den Auftritt später. Ja, ich habe zu Hause ein bisschen geübt. Ja. Und wie lief das? Ja, lief ganz gut, war okay. Also wird schon. Ja, alle Angst umsonst. Sie machen das alle sehr, sehr prima. Man muss ja sagen, das ist auch wirklich eine Bombenidee, Töchter von Prominenten als Models zu gewinnen. Und die Idee hatte Nana Kuckuck, weil ihre neue Kollektion, die sie ja hier heute Abend vorstellt, Orient meets Occident, heißt sie, eben ganz anders ist. Also nicht so damenhaft, pompös, sondern mal so jung und frisch, hat sie mir vorhin erzählt. Ich will diesmal was ganz Neues machen. Ich will eine Brücke schlagen, dass es ein Stilbuch gibt von Bretterportee kombiniert mit Couture, damit es auch für junge Damen irgendwie interessant wird, sich auch mal toll anzuziehen, ohne das Gefühl zu haben, sie sind gleich in ganz Groen Damen. Und das habe ich versucht irgendwie mit verschiedenen Blusen, die sind beflockt, und mit Bomberjackets, was im Moment ja gerade ganz High Fashion ist. Und die habe ich mit eigenen Fotos bedrucken lassen, und die habe ich kombiniert mit großen, großen, bestickten, teuren, luxuriösen Stoffen. Genau, und das Ganze ist jetzt hier zu sehen. Dann ist sie, als sie die Idee hatte, eben zu ihren Kundinnen und anderen Promis, die sie kennt, gegangen und hat gesagt, ey, du hast so eine Tochter, hätte die nicht mal Lust, als Model zu arbeiten. Und alle haben Ja gesagt, und zack, stehen sie auf dem Laufsteg und präsentieren die Mode von Dana Kuckuck. Die Eltern sind natürlich auch da, wen habe ich gesehen? Anushka Renzi sitzt da und hat wahrscheinlich nur Augen für ihre Tochter Chiara, Andrea Mühn beobachtet. Nur Rachel, alle sind begeistert, 300 geladene Gäste außerdem da, hier so schräg. Kathi Kartenbauer sitzt da, also es sind einige da, um sich die neue Kollektion anzugucken. Und es sind nicht nur die jungen Hüpfer auf der Bühne, es sind auch die Aged Models, also ältere Models. Und insgesamt kann man sagen, eine wirklich sehr charmante, generationenübergreifende Modenschau. Denn, das ist das Fazit, die einzig wahre Wahrheit über Mode. Mode kennt kein Alter.